Plane Willen kleine Na man schmeckt doch alles zu sehr bis gleich bist scheiße gar nicht wahr gar nicht wohl NÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜH was willst du denn? Oh mach süß kack Maub hihihihihihihihihihihihihihihihihihih was willst du denn? knack mir an der Sternen-Augen-Pokémon er ist tot irgendwie ist es ja miki ja irgendwie schon ey geil das wird der Sternen-Augen-Pokémon es lebt wieder Es hat ihn selbst reanimiert, ein Satzschuk und auch mal ein kleiner Fisch, ein bisschen auf dem Boden rumtanzt. Wieso kann es eigentlich fliegen? Ja genau, okay. Fliegende Fische. Okay, aber bei Monster ist das so. Ja, das ist so unsichtbar. Das war so. Oh Gott. Imaginiert das Monster. Boah. Das ist immer tot. Oh, es ist so niedlich. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, Jedi-Meister. Also ich finde Schmerbe nie. Stabos hat schon Level 36 was zur Hölle. Ist doch cool. Das ist mal was Neues. Ey, du kannst nicht knacken. Also Schmerbe ist ja gerade ausgezogen. Das ist wie so ein Kampfmeister. So mit Gärchen. Und alles ist nicht so. Verbeugt. Du hast richtig. So ein Stumpel. Ich habe auch schon erzählt, dass ich letztens ein Junge bei uns im Kindergarten ein chinesischer Meister verkleinert habe. Ist auch voll süß, als hatte er so einen schwarzen Anzug und dann so einen blauen, blauen ruten Hut. Ähm, auch mit Schwarz und dann mit so einem kleinen Topf dran. Ist auch voll süß. Wieso? Wieso muss ich mich jetzt gerade daran erinnern, als ich zu Stampos gefahren bin und dann... Als ich im Zug nach hinten geguckt habe, wie plötzlich stand der Darth Maul. Und dieser komische Wiener ist ja... Und dieser komische Wiener ist ja... Oh, dieses... Mit den riesen Ohren. Keine Ahnung, Rama. Ich fand, das ging nicht meins. Ja, dieses Fieder, Alter. Und dann... Ja, das war... Da hatten sich Leute irgendwie da so verkleidet. Und da war auch Daphroa eben. Im Kleinen. Winzenklein. So wie ein Mikrof. Also es ging mir bis zur Hüfte. Und ich bin nur 1,60m. Also bis zur Hüfte irgendwie. Oh, ein bisschen tiefer und dann... Niii... Das Spiel macht scheiße. Schade, Rindy. Und Verdauung. So, ich glaube ich werde es... Da muss gleich erstmal sein. Komisch. Ich will keiner wegnehmen. Oh ja. Nein, böse. Böse, du darfst nicht. Alter, du musst auch mal leveln. Deine Mutter musst du leveln. Knack. Hat die Blume einen. Knickfader, Schmetterling zu decken. Oh, Alter. Warte Lutsch. Meine Beute ist wie ein Wisch. Ich hab noch was... Meine Beute ist wie ein Wisch. Meine... meine Brüste. Ja, meine Brüste ist wie ein Wisch. Ja, das sieht man. Flach lang. Willen wir uns das nächste Mal treffen? Lass mich euch bestimmt nicht hinten fischen. Dann halt mich doch auf. Halt mich am Arm fest. So, warte mal. Bevor wir die Tuse ansprechen, gucken wir mal. Ich bin eine Zaubererin. Zaubererin. Ne, wir in den EP-Teilen. Du bist 36. Jahre? Ne. Nein. Ähm. Na, na. Items. Geben. EP-Teiler. Na toll. Jetzt werde ich jetzt die Mühe degradieren. Ja, äh, die alle beiden tragen flinken Klaue und... Was trägst du eigentlich? Wahrscheinlich Wundersaber. Ich bin ne Wundersaber. Also lass mich. Äh, ja. Tuse. Duschweißen. Hallo und Willkommen. Ihr fahrt hier vorbei, aber nicht ohne meine Vorführung zu sehen. Achtung, es geht los. Sie ist wegen Lolo. Oh, mehr wegen Lolo. Sie sieht doch süß aus. Ja, sie trägt zwar pink, aber... Hieß sie Lulu? Nene. Nene. Lolo. Lolo. Nein. Ne, es war Dolo. Lolo. 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 Dolo Island. Oh ja, Dolo Island. Dolo Island, that's cool. Dolo. Was war das mit der Oma? Ich weiß nicht, dass die Indie von mir war. Ja, das war mit dieser Indie mit diesen kurzen Vögeln. Das ist auch nicht vor mir. Ehrlich so. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das sah aus wie riesige Narben. Domo. Domo. Die sah doch aus wie riesige Nasen, oder? Ich hab keine... Was verstehst du unter riesigen Nase? Die hatten eine Form und eine Nase. Kann sein! Und eine neue Nase. So eine Ernie und Pferd-Nase. So eine Taddeus-Nase. So eine Taddeus-Nase. Die Form nur hatten wie solche Nase. Nein, so eine Form. Deswegen sahen sie aus wie Nasen. gambenzeichen. Wieso wurde es jetzt verwirrt? Ich habe sie auch gewredictet. Was? Was? Was geht ab? Gdisٰ. Ach hat das hier, so ein Wirrbart hat es eigentlich gesprochen. Nee, ich hatte ihn nicht gefragt. Was? Nicht was du? Ja. Ich kann gar nicht treffen. Boah. So, Alter. Irgendwo. Nein, kennst du nur das. Nein, es haut sich. Es hat irgendwie voll die Lippern und so. Hi. Ja, warte ich. Wieso? Das ist ein Wind. Und mit? Ja. Wind. Das war, glaube ich, so zusammen. Es ist doch noch so. NOOOOOOH! Ey. Das war auch nicht zu wissen. Ja, ich war auch nicht. Ich hab jetzt eigentlich zwischendurch kurz auf Aufnahmepause gedrückt, da müsste jetzt ein kleiner Teile fehlen. Eigentlich wollte ich nicht drücken, aber irgendwie hab ich dann doch gedrückt. Ja, unser Vater war grad da, nicht wundern. Achso, du nimmst mir wieder auf! Ja, immer noch! Ich hab nur einmal in der Frequenz, wo Kay gestorben ist und wo denn wir da in diesem Wechselbildschirm waren, da hab ich auf Pause gedrückt, aus Reflexen. Ich hab das nicht gemerkt sofort. Ja, ihr habt das zum Beispiel alle mitbekommen, das war unser Deli. Ähm, jetzt reingekommen und habt euch schon mal erkundig, aber ich will sich einen Quad kaufen. Ist das nicht wahr? Ein Quad in Weinrot. Ich durfte es aussuchen. Weinrot?! Ja, ich hab's ausgesucht. Ich wollte eines in Dunkelgrün haben, aber ich hab keinen. Schade. Aber Weinrot ist okay. Ja, Weinrot mit, äh, wie hieß das? Also mit Schwa- also mit, 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 nicht, das nennt ich nicht schwarz, sondern... Karbonit? Ah. Karbonit? Karbonit? Kar? Kar... Ich weiß nicht, hier ist heiß. Du dumm. Kar, aber was willst du mit? Du bist ja doch kacke. Nein, das ist ein Kaktus. Ähm. Krasse Taubeltaub. Ich nicht, also ich praktisch will nicht besoffenes Geld. Ähm. Ne, also, ne, mit, also mit Weinrot und Schwarz und, äh, halt mit 4 Rädern und so. Erst hat er mich gefragt, ob ich... Deswegen war ich so lange nicht unten. Er hat mich gefragt, ob ich, ob wir, ähm, ob ich mit einem, mit einem Schwarz mit, ähm, 3 oder 4 Rädern abgeholt werde, ist wunderschön. Ich brauch einen Maul? Ja, du fragst, welche Farbe? Komm, renn! Ich hab mir gesagt, es war, äh, war voll schwarz und so, sieht gut aus, aber... Ich fand, das war ein Hochwälzer. Ich hab mir gedacht, und ich hab mir gesagt, mit 4 Rädern. Dann nehmen wir jetzt das Rädern. Nice. Ja, ich habe 1 Kuss. Nicht nur 1 Kuss. Aber Alter, warum kriegt diese Typen da nicht tot? Das ist Geisen. Ja, ok. Ah, das war mein Nacken. Verdammt, du Scheiße. Knack. Knack, Leona. Jetzt geh doch tot. Oh, fuck. Ich bin tot. Ja, roter Wirt, danke. Oh. Nein, renn nicht, hau! Siehst du, geht doch. So. Warte. Pannier. Oh, ich hasse Pannier. Ich nicht, ich find's eigentlich immer süß. Sieht auch, als wär's besuchen. Ja, danke. Hau dich bitte. Hm. Pisser. Ich bring doch Gabi. Na, er ist bereits verwirrt. Ja, ich bin verwirrt. Nein, er ist bereits verwirrt. Wir sind alle verwirrt. Wir sind auch Pannier. Aber Pannier ist scheiße. Pannier ist immer verwirrt. Piss. Ey, jetzt bitte komm, Nana. Bitte. Komm, Nana. Ja, ich schlag mich gerne selbst. Piss. Ja, rennen. Los. Rennen. Oh. Das tat ich aber wieder. Oh. Süß. Einer, das geht mir lange echt auf den Piss. Das sieht toll aus, wenn ich besochen bin. Ja, das sieht voll besochen aus. Luzga. Guck mal, du musst mal auf deinen Mund achten. Das ist voll so. Ja. Weiß nicht. Aber trotzdem nervt mich. Möcht nicht. Ich find's einfach nicht. Sponig find ich nicht mehr. Und das bin ich kacke. Es hat nen Löffel. Und ich ne. Das sind scheiße. Das ist dein größtes Problem. Ja. Nein. Das ist scheiße. Ja. Rückkehr. Haus um. Ich zeig euch meine Liebe. 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 Oh ja. Wie wir diese Serie gesuchtet haben. Ich suchte sie immer noch. Ich ausgehört. Oh ja. Nein. Nein. Ich seh ja. Nicht seh ja. Seh ja ist ne Scheiße. Was seh ja denn? Ich seh. Mach es bitte tot. Ich seh ja. Und du siehst. Und das ist. Ich seh. Komm Nana. Komm Nana. Nana du bist scheiße. Ja ich bin scheiße. Nein. Ich hab. Ha. Oh danke. Es ging daneben. Es ging daneben. Ich bin zwar verwirrt. Da bin ich mir doch mal noch klar. Okay. Der Kampf hat genervt. Das muss ich immer sagen. Der Kampf hat der... Wo ist dein Bein im Strohhalm gefied? Der Kampf hat er in den Berg genommen. Wo ist dein Bein im Strohhalm gefied? Der Kampf hat er nicht mehr zu sein. Der Kampf hat er nicht mehr zu sein. Das war ja. Bis zum nächsten Mal.